Servus zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in diesem Video zeige ich dir, wie du die Fotos und Videos deiner Sony-Kamera auf den Rechner transferieren kannst. Und eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Daten hier einzulesen. Entweder man nimmt die Karte aus der Kamera heraus oder man schließt ein USB-Kabel an und überspielt die Daten so. Ich zeige es dir erstmal, wie es funktioniert mit der SD-Karte. Ich nehme die hier mal raus. Und jetzt stelle ich fest, an meinem MacBook habe ich gar keinen Kartenlese-Slot. Deswegen muss ich mir hier wiederum behelfen mit so einem SD-Kartenlesegerät. Da gibt es auch neuere, schnellere Karten, die auch diese SD-XC-Karten lesen, aber der alte tut es. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel so einen USB 2.0-Stecker hier vorne drauf. Der kommt mir jetzt auch nicht in das MacBook rein. Deswegen muss ich mich wieder anhand von so einem billigen Adapter bedienen, weil ich keinen Steckplatz habe. Gut. Und jetzt kann ich die SD-Karte hier anhand von diesem Kartenlesegerät hier reinstecken. Und jetzt poppt die hier eigentlich automatisch gleich auf. ist aufgepoppt. Also es sieht eigentlich jetzt aus wie so eine ganz standard normale Festplatte oder ein USB-Stick. Das ist ja einfach auch nur ein Datenträger-Medium, nichts anderes. Jetzt zeige ich dir, wie ich die Daten rüberziehe. Ich mache jetzt hier bei mir am Mac zum Beispiel den Finder auf. Suche mir hier diese Untitled SD-Karte. Klicke da einmal drauf. Und dann sehe ich jetzt hier zwei Ordner. Ein DCIM und ein Private-Ordner. Ihr müsst wissen, die Fotos, die sind in dem DCIM-Ordner und die Videos in dem Private-Ordner. Fangen wir erst mal bei den Fotos an. Schauen wir uns die mal an. Da klicke ich rein, da steht jetzt 100 MCDF irgendwas. Zack. Und jetzt bin ich hier schon auf meinen Fotos. Und die sind jetzt wiederum sortiert, bei mir zumindest, nach JPEG und RAWs. Ich mache mir das jetzt hier bei Mac relativ einfach. Um zu sehen, welche Fotos ich heute gemacht habe, filtre ich diese Fotos und gehe jetzt hier auf Liste. In der Liste kann ich hier nach Änderungsdatum das Ganze filtern. Da sehe ich, was ich heute gemacht habe. Und die Bilder, die ich zum Beispiel am 5. Januar gemacht habe. So, jetzt sagen wir mal, ich möchte nur die Bilder von heute sichern und nur die JPEGs. Dann würde ich jetzt hier mal nach oben gehen. Klicke hier kurz auf Art. Dann sortiere ich jetzt nochmal nach der Datei Art. Ich möchte jetzt nur die JPEGs haben. Zack. Da bin ich jetzt heute in JPEGs. Und jetzt gehe ich einfach runter und markiere mir alle JPEGs. Das wären dann alle die hier. Und diese Daten, die ich jetzt hier markiert habe, sind ja noch viel, viel mehr. Aber ich möchte ja nur die von heute. Markiere ich jetzt. Drücke Command C. Das heißt, ich kopiere die. Baue mir jetzt hier zum Beispiel einen neuen Ordner auf unter Bilder. Die seht ihr hier. Die nennen jetzt einfach Fotos 28.03.2023 und kopiere die hier rein, Leute. Zack. Dann sind die jetzt hier sicher abgespeichert. Und dann kann ich diese Bilder weiterverarbeiten. Ich zeige euch jetzt auch nochmal kurz, wo die Videos versteckt sind. Da gehe ich jetzt hier wieder in Untitled. Und jetzt nicht mehr in DCIM, sondern in Private. Jetzt müsst ihr von Private weiter in MP4 oder M4 Root gehen. Dann geht es weiter in Clip. Und jetzt habt ihr hier die ganzen MP4-Daten. Auch hier würde ich euch empfehlen, am Mac zumindest die Darstellung als Liste zu wählen. Weil dann könnt ihr hier wieder nach Änderungsdatum wählen und nach Art. Und ich gehe jetzt genauso vor. Art ist angeklickt. Und dann sehe ich, okay, die letzten Videoaufnahmen wurden hier am 7. Januar gemacht. Die möchte ich mir zum Beispiel sichern. Da klicke ich jetzt nur die hier an. Sagt hier wieder Command-C. Also ich kopiere mir die. Und speichere mir die hier am Mac zum Beispiel unter Filme ab. Hier mache ich mir auch einen neuen Ordner. Ich nenne das hier Filme. Sony A7C. Genau. Und speichere mir die hier bestenfalls noch mit dem richtigen Datum hier rein. Genau. Das ist jetzt zum Beispiel ein Weg, die Daten hier rüber zu schieben. Und hier vergeht jetzt auch wieder eine gewisse Zeit. Je nachdem, welchen Kartenleser ihr verwendet. Es gibt teure, neue Kartenleser. Da funktioniert es blitzschnell. Und ihr seht, ich habe hier 4K-Videodaten aufgenommen. Das kann schon mal eine Zeit dauern. Ganz wichtig, wenn ihr am Mac arbeitet und ihr habt Final Cut offen, also das Video-Bearbeitungsprogramm. Ich mache das mal kurz auf. Und ihr schließt diese SD-Karte hier an oder den Kartenleser mit der Karte. Dann wird Final Cut versuchen, diese Daten sofort zu importieren. So, und ihr seht, ich habe Final Cut offen, habe die Karte reingesteckt und Final Cut versucht dann automatisch, sofort die Daten zu importieren. Davon rate ich euch eigentlich ab. Mein Tipp ist, speichert euch dieses RAW-Footage, also die RAW-Videodaten, erstmal in einem Ordner auf der Festplatte und importiert sie später. Hintergrund ist einfach, wenn ihr das über diese Final Cut-Import-Geschichte macht, dann dauert es einmal ewig. Und ihr könnt die SD-Karte nicht rauszehren, solange Final Cut läuft. Die SD-Karte wird sehr, sehr heiß im Kartenlesegerät. Und wenn ihr aus Versehen irgendwie am nächsten Tag dieses Videoprojekt löscht, dann sind die Daten komplett weg. Also, hier ist Final Cut und ihr habt sie nicht nochmal irgendwo gespeichert. Oft zieht man die Daten ja rüber und dann löscht man die SD-Karte in der Kamera, weil man denkt, okay, ich habe die Daten ja gesichert, aber deswegen breche ich jetzt hier in Final Cut den Import-Vorgang ab. Wenn man jetzt keine Lust auf diese SD-Kartenlesegeräte hat und das Ganze per USB übertragen möchte, gehe ich jetzt mal an der A7C zum Beispiel so vor. Das geht aber auch bei allen anderen Kameras so. Meine Sony wurde hier mit diesem Ladegerät geliefert und ich ziehe jetzt hier einfach mal das USB-Ladekabel ab. Dann schließe ich das an der A7C hier zum Beispiel an. Und habe jetzt hier wieder das Thema, dass ich mit diesem USB 2.0-Anschluss hier nicht reinkomme, weil ich hier wieder andere Stecker habe. Deswegen kommt hier wieder diese Adapterlösung, kennt man ja von Apple hier, ins Spiel. Schließe die hier so an, zack, das Kabel. Und jetzt erst mache ich meine Kamera an. Und sobald ich die anmache und das Display ist auch hier zugeklappt, müsste hier eigentlich am Rechner die Karte sofort erscheinen. Und jetzt hier in dem Fall erscheinen hier plötzlich zwei Karten oder zwei SD-Karten, wie auch immer. Auf PM Home, keine Ahnung, da ist nichts drauf, da braucht man nicht groß draufklicken, sondern man ist wieder hier zu Hause in diesem DCIM. Hier sind die Fotos drauf, wie gehabt. Also, ich glaube auch, dass das tatsächlich die schnellere Methode ist, um die Bilder rüberzuladen. Ihr spart euch einfach einen Weg mit dem Rausnehmen der SD-Karte. Die Kontakte der SD-Karte werden auch eventuell nicht beschädigt, obwohl ich habe meine noch nie kaputt gemacht. Aber so steckt einfach nur ein USB-Kabel rein und fertig. Ihr könnt das USB-Kabel auch am Rechner stecken lassen. Aber es gibt einfach diese beiden Möglichkeiten. Und so könnt ihr genauso vorgehen, dass ihr alle Daten wieder kopiert, drüber zieht in einen Extraordner auf dem Rechner. Und dann bearbeitet ihr diese Bilder in eurem Bild- und Videoprogramm einfach weiter. Gut, wenn man die Kamera abstöpseln will, muss man auch hier auf Entfernen am Mac, also Auswerfen klicken. Ja, dass da nichts zerstört wird von dem Inhaltsverzeichnis dieser Karte. Gut, das haben wir jetzt gemacht. Okay, dann gibt es noch den Fall, dass ihr zum Beispiel den Inhalt der Karte, zum Beispiel die JPEG-Dateien, auf euer Handy überspielen wollt. Oder auf das iPad. Da kann ich euch so einen Adapter hier empfehlen. Ich habe den seit mehreren Jahren. Und da zieht man auch einfach nur die Karte raus. Ja, und schiebt hier die SD-Karte rein. Jetzt schließen wir die Geschichte hier mal an. Ich drücke hier auf Fotos und jetzt plötzlich ist hier unten rechts ein Importieren-Knopf. Hier kann ich draufgehen und kann jetzt sagen, Mensch, was möchte ich hier importieren? Aber hier müsste echt vorsichtig sein, was ihr hier macht, dass ihr hier nicht auf Löschen drückt oder alle löschen. Dann wären die ganzen Bilder hier weg von der Karte. Also ganz, ganz wichtig, hier zum Beispiel die Bilder möchte ich importieren und die hier. Und dann sage ich importieren sieben Stück. Alle importieren oder die Auswahl, ich sage die Auswahl bitte. Und jetzt importiert ihr mir sieben Objekte, also sieben JPEGs. Zieht ihr mir hier in mein Telefon, in meine Mediathek. So, Importvorgang abgeschlossen. Sollen die importierten Fotos gelöscht werden? Nein, bitte nicht behalten. Ganz wichtig. Und jetzt sind diese Bilder hier bei mir in der Fotomediathek drin. Tipptopp. Funktioniert. Jetzt zeige ich euch nochmal eine Besonderheit. Und zwar, wenn ich jetzt meine A7IV Kamera hier genauso mit dem Kabel anschließe und möchte nicht die SD-Karten reinstecken in den SD-Kartenlesegerät, kann es sein, dass kein Ordner oder nichts hier angezeigt wird auf meinem Desktop. Ich schließe die jetzt mal an, gehe hier auf On. Und in meinem Display jetzt hier, das filme ich mal kurz ab, steht jetzt hier Live Streaming oder Bildübertragung MSC. Und da wähle ich jetzt mal MSC. Mal schauen, wenn ich hier bestätige, was passiert. Verbinde mit Massenspeicher. Und jetzt müsste hier am Rechner, tauchen hier plötzlich drei Symbole auf. Die Prograde, Untitled und PM Home. Wahnsinn. Also es ist gar nicht so easy, aber wenn ich jetzt mal hier so reingehe in Prograde, sehe ich, das ist meine SD-Karte. Diesen Ordner brauche ich, den muss ich mir anschauen. Und hier drin sind die RAW-Fotos. In dem Fall habe ich jetzt nur ein Foto gemacht. Genau. Ein Bild wurde hier, ein Testbild gemacht. Genau. Und hier im Private-Modus sind die jetzt auch hier unter M4 Root und dann im Clip. Und hier sind meine Videodateien. Da klicke ich wieder auf Art und dann habe ich hier alle Videodateien, die ich mit dieser Kamera gefilmt habe. Unter anderem zwei heute. Jetzt habt ihr gesehen, es funktioniert wunderbar. Entweder per Kabel oder per SD-Kartenleser. Je nachdem, was ihr gerade zur Hand habt, könnt ihr so vorgehen und die Bilder rüberziehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir gerne ein Like für das Video, falls ich euch damit irgendwie weitergeholfen habe. Gerade wenn ihr neuer Besitzer einer Alpha-Kamera seid. Bye, bye. Und bis bald. Euer Sigi. Euer Sigi. Und bis bald. Hier haben die Filipino-Kamera genut. Ich hege das Video, ich habe.